Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Feeds the Beast Infinity Evolve Skyblock Expert Mode. Es ist lange lange her, dass ich dieses Projekt richtig wieder aufgenommen habe. Ja, alle Falken, die kaputt waren, habe ich jetzt wieder aufgenommen. Ja, es ist die erste Aufnahme, die ich wieder richtig so aufnehme. Und ja, was soll ich sagen? Es ist einiges passiert. Ja, ich habe hier mal ein bisschen gearbeitet. Ich habe hier mal gesagt, so ein neues Base Design. Hier so schön mit Burnt Quarz, Quarz Blöcken. So schön, dass ich die Rehle halten, dachte ich. Das wird sich noch weiter verändern, alleine schon hiermit. Die Mob-Farm ist ja nicht mehr effizient genug. Ich meine, klar, es kommt immer noch gut was rüber hier. Ich meine, siehe hier. Aber, das wird sich jetzt alles, alles irgendwann noch ändern. Allein schon hiermit, Mob-Souls. Ja, hier, die Siebelmaschine ist weg. Die Reaktoren sind weg. Ja, ich wollte weg vom Uran. Ich möchte auf saubere Energie umsteigen. Ja, ist gut. Ne, ich habe das ein bisschen umgebaut. Und zwar, hier unten ist eine ganz weitere Etage entstanden. Wo ich jetzt, ich würde sagen, hier würden wir die ganzen Kabel verlegen. Das hier kommt auf jeden Fall auch noch weg. Ich wollte mal eine richtige, ordentliche Anlage für Lava machen, wo wir es auch wirklich brauchen können. Hier ist die neue Siebanlage. Hier haben wir dann Zugriff auf Gravel, Sand und Dust. Hier wird alles durchgesiebt, komprimiert, zerkleinert, komprimiert, zerkleinert, komprimiert. Und dann hier drei Pulverizer, drei Restaurant-Furnisse für die ganzen Erste, die zerkleinert werden müssen. Und dann hier einer für Alu und Helorium. Wobei Alu sogar momentan weggeworfen wird, weil die Bevel hier voll ist, äh, der Drower. Dann hier könnten wir demnächst anschließen ans MB, fürs Autocrafting, aber noch nicht. Die Reaktoren. Die beiden Oran-Reaktoren laufen auch ohne Probleme. Angeschlossen hier mit zwei Wireless Receivern. Dann hier die Mox-Reaktoren, auch beide schön am Laufen. Wobei, der hier sogar zwei Prozent mehr Hitze hat, weil die ja bis zu 85 Prozent Hitze verkraften können. Aber gehen wir hier raus. Aufgesichert mit Reinforced Glass und Reinforced Stone. Warum das Ganze jetzt doch? Ähm, vielleicht haben es einige ja auf Twitter gesehen. Ähm, naja, beim Umbauen haben die Teile mal kurz Bum gemacht. Ah, naja. So, dann hier. Einmal die Oranium-Produktion. Äh, Verarbeitung. Sollte noch bekannt sein. Hier der... Ja, alles normal. Habe ich hier jetzt aufgeführt mit Cobble, dass hier nicht zu viel reinkommt. Das Ganze kommt dann hier in die Canning-Maschine. Hier rein, wo er hapert das gerade. Ähm. Machen wir mal ganz kurz. Wieso hat das einer von Immersive Engineering? Das ist gut zu wissen. Hier mache ich mal ganz schnell die Musik leiser. Das hat er mir auch gesagt, dass hier ein bisschen zu laut war. So. Hoppala. Äh, dann einmal, weil wir verschwinderlich sind. Zack. Gut, die ist weg. Ja, dann einmal hier. Iron Dust kommt hier durch. Also, das wird einmal von hier versorgt. Und einmal von... Überstelle W. Hier kommen die alten Oranien-Rots rein. Hier die ganze Verarbeitungsstraße nochmal von... den, ähm... Mox-Reaktoren. Weißt du was? So. Hier warten wir aber, bis es durch ist. Haben wir nochmal ein bisschen Plutonium. Hüpfen wir aber das letzte Mal runter. Äh. Ja, kommen wir doch da rein tun. Ja, hier ist noch ein zweiter ME-Controller dazu gekommen. Die ME-Controller werde ich jetzt erst mal nach und nach ausrüsten. Äh, nachrüsten. Ich hab mir dann hier nochmal eine kleine... Mini-Verarbeitung schonmal von... ...DNR-Prosessionen gemacht. Hier für... Seeds. Ja, das ist einfach relativ simpel. Transfer Node, World Interaction Upgrade und Pure Status Quads. Also, Item Filter mit Pure Fluids und Status Quads Crystal. Dann hier ist jetzt das Yu Yu Meta Setup. Habe ich sogar so geupgradet, dass wir hier Scrap Boxen reinbekommen. Da reicht momentan einer von denen. Wobei das sogar unterschiedlich ist. Manchmal ist das hier randvoll. Manchmal nicht. Aber naja, wir produzieren gut. Hängt jetzt nur noch von Energie momentan ab. Weil hier wird es auch noch nicht abgezogen. Für das Szenarium. Bin ich momentan am Vorproduzieren. Vorproduzieren. So. So, von den Prozessoren habe ich... Von jeweils erstmal jeweils einen Stack vorbereitet. Äh, wie sieht das aus mit... Skyzone haben wir, was? Okay. ME Controller. Wie können wir... Wie viele können wir machen? Ich will mal... Sieben machen. Weil dann könnten wir ein... Ja, jetzt muss ich jetzt mal schauen, wo wir den anschließen. Am besten hier irgendwie. Einmal so. Ja, lassen wir den noch dann... Drei... Vier... Na. Dann holen wir die anderen beiden noch. Und dann schließen wir das einmal da ran. Dann können wir damit schon mal ein besseres System aufbauen. Das könnte sein, dass wir gerade ein bisschen... Ah, Moment. Ich habe da was vergessen. Äh... Ein bisschen Glas Cables Fluics sollten wir schon noch mitnehmen. Und die tun wir da vorsichtshalber wieder rein. So. Sehr schön. Je nachdem würde ich hier sogar noch mal den Street Liga überreden, aber vielleicht mal Lust hätte, mit mir noch mal ordentlich hier ranzugehen. Äh... Nein. Kein Doping. So. Damit sollte das MW-System erstmal wieder angeschlossen sein. Sehr schön. Und was ich heute mal sagen würde. Äh... Habe ich... Ja, Dolly habe ich dabei. So. Einmal... Zack, 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 zack. Die... Ähm... Stoppage-Sahle da rein. Und dann wird jetzt Zugriff auf alle Items. Ich würde sagen... Wir fangen jetzt heute mal an mit... Einer ordentlichen Rüstung. Und einem ordentlichen Jetpack. So, wir haben ja momentan das Harden. Also das nächste wäre das Reinforced. Eins. Ich möchte jetzt halt so langsam alles mal nach und nach upgraden. So. Sehr schön. Wir brauchen nur noch die Thruster. Äh... Was haben wir denn davon? So gut wie gar nichts. Das habe ich befürchtet. So. Da brauchen wir Elektrum. Ne? Genau. Weißt du was? Gold. Silber. Mache ich nochmal was? Hier lasse ich gerade ein bisschen Silikon produzieren. Wir haben ja noch hier den Mega Sand über. So. So. Da sage ich einmal so. Ja. Gib mir mal Kauts. Danke. Und dann brauche ich zwölf Redstone. Wobei. Gib mir mal... 24. Warum 24? Ganz einfach. Weil die... Flachstaktel brauchen wir auch noch. So. Das... Jetpack. Das hat noch einen Eimer gebraucht. Die ist der weiße Redstone. Also brauchen wir... Noch 20 Redstone. Das kommt dann mal schnell dazu. Dann tun wir die Eimer da rein. Jawohl. 1, 2, 3, 4. So. Einmal. Zweimal. 1, 2, 3. Das läuft ja jetzt schon wieder super weiter. So. Heute nehme ich aber auch nur ein... Tut das eigentlich weh? Nö. Gibt auch keine Welt. Schade. Woran erkennt man einen wahren Informatiker? Tut das weh? Oh ja, wenn du damit wehtun würde, ich... Ich wäre nur noch am Schreien. Okay. Greenforce. Okay, also wie gesagt, vielleicht nach Jetpack such. Ja. Jetpack. Wir brauchen noch React and Dynamos. 1, 2. Äh... Bronze. Sollten wir aber was haben. Da brauchen wir 16 Stück. Gehen einmal ganz kurz runter. Tun das einmal hier rein. Nummer 1, dann brotts. Ich wollte gerade sagen, da waren ein paar Anzeigefehler jetzt. Ähm... Wir sollten auch wirklich schauen, dass wir erstmal so schnell wie möglich aufs Autocrafting gehen. Da ich mir überlegt, hier so ein paar Autocrafting sollen. Und hier haben wir so Serverschränke. Einfach, damit wir auch vorankommen im Sinne von den Quantum Solar Panels. 1 und 2. Super. Einmal. Was fehlt da jetzt noch? Oh. Haben wir. Und dann, wenn wir so machen und... Zack. Zack. Greenforce Jetpack Tier 3. Einmal aufladen. Da dauert jetzt ein Momentchen mehr. Ah, hat immer noch einen beschissenen Hover-Mode. Das war glaube ich jetzt ab dem Enderium Jetpack. Aber das ist gar kein Thema. Da machen wir jetzt auch sofort weiter. Das Resonant Jetpack. Was haben wir dafür? Wow. Richtig, richtig wenig. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hoppala. Und wir brauchen Enderium. Gut. Äh, wie das war... Zwei Zin, ein Silver, ein Shiny. Zwei Zin, zwei Zin, zwei Zin, ein Silver, ein Shiny. Oh, hier war ich noch mit dem Sklumpel dran. Gehen wir auf Lois Only. Tin, Silver, Shiny. Lassen das einmal durchscheißen. So. Dann kann das und das und das da rein. Pyrofium können wir dann einmal machen. Äh, haben wir gar kein Kohle, das mehr? Nö. Stopfen wir das da rein. Äh, können wir hier noch was machen? Was können wir denn noch vorbereiten fürs Jetpack? Resonant Flux... Da könnte ich mal die Electrum Gears machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sollte ausreichen, oder? Nee, eben nicht. Hups. Nein, nein, böse. So, Entschuldigung. Da habe ich gerade aus Versehen die Szene gewechselt. Ja, wer weiß, ich weiß, man kann bei OBS ja verschiedene Szenen wechseln. Und das sieht dann einfach mal so aus, wie ihr es gerade gesehen habt. Einmal so. Flup, flup. Aber das wollen wir ja gerade nicht so. Ähm, ja. Aber, das werden wir demnächst gut gebrauchen können. Wieso demnächst? Ganz einfach. Ähm. Ich sage so aus, ab Ende Mai werde ich endlich anfangen zu streamen. Wieso? Ganz einfach, ich bekomme eine neue Internetleitung. Ist es besiegelt? Inwiefern besiegelt? Naja, Vertrag ist unterschrieben. Wir gehen weg von 1 und 1 und 1 und 1. Und gehen dann rüber zu Netcologne. Machen wir gerade so, weil davon hat man noch eins drin, das weiß ich. Wie sieht das hier aus? Haben wir jetzt ins... Ups. Jawoll. Gehen dann einmal die Enderperlen rüberholen. 1, 2, 3, 4. Enderperlen müssen wir auch. Ich schaue, dass wir endlich mal anordentlich was rankommen. Problem ist, wir werden dafür einen Autospawner brauchen. Weil, ähm, naja. Über den Powered Spawner ist es ein bisschen schwierig ohne Spawner. Und ich bezweifle, dass man sich hier Spawner irgendwie craften kann, oder? Also, andere Spawner. Witt? Oh. Ja gut. Dann machen wir das über den... Hätte ich das mal vorher gewusst. Ähm, ich weiß, was wir in der nächsten Folge mal angehen. Aber ja, jetzt mal ganz schnell, ne? Hätte ich das gewusst? Ja gut, dann sind wir wieder... Komm, wir sind mal vorher die Rezepte durchgeschaut. Hä, 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 hä. Ja. Äh, die... Innovation Dynamo wollten wir craften, ne? Genau. H1, 2. Was war das hier? Flux Electrum Blend. Ach, ich... Idiot, hab doch... Electrum dabei. Das heißt, wir brauchen... FIA Redstone. Das kommt weg. Ähm... Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Flop, 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 flop. Generell wird das jetzt auch schon lustig, weil wir jetzt so langsam auch mal die Bosse anfangen müssen. Also hier Ender Dragon. Ich glaube, das wird nicht allzu ein schwieriges Thema. Das Einzige, was wirklich nervig wird, ähm... Einmal... Ist halt, ähm... Später Guardian of Gaia. Okay, was fehlt hier noch? Die Stabilized Redstone. Gut, die muss man wohl da behalten. Das kann da wieder rein. Mehr Enderium. Ja, jetzt haben wir schon fast alles zu ready. Oh, warte mal. Da brauchen wir Petroleum, das. Äh... Obsidian. Ja, gut. Reichen da jetzt zwei? Ich will's hoffen. Ja, das sind so alles Rezepte, die wir später ins Autoprofting einfügen müssen. Jetzt kommt aber auch hier Zeug zum Gebraucht, was wir noch nie in Minecraft braust. Ich mein, ich hab mir ja letztens mal, ähm... Äh, jetzt nochmal schnell. Ah, wie heißt das? Ja, super. Äh, ich hab mir eine To-Do-Liste mal gemacht, wollte ich sagen. Dankeschön für den Tipp. Ja, ich hab mir eine To-Do-Liste gemacht und ich hab teilweise angefangen zu weinen, weil ich noch alles machen muss. Also, es ist echt noch einiges. Gut. Aber wie es jetzt hier weitergeht, das zählt dann in der nächsten Folge. Die Folge ist nämlich auch schon wieder rum. Ich mach nochmal ganz... Ich werde, glaube ich, jetzt hier sofort anschließen. Ja, mach ich sogar. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.